Wie wieder bei WubiDub. Moin Leute, ich habe noch 8 Minuten. Dann ist nicht mehr der 8. Sondern schon der 9. Und hier ist die 8. Irgendwo... Da. Wir haben eine. Ein Eichhörnchen. So, das ist lecker. Und hier suchen wir auch noch die 8. Da. Für die Kackmandel. Erdnuss war doch immer. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen in ein paar Minuten. Hö, hö, tschüss.